Davor habe ich einen Stream für drei Minuten gestartet und ich konnte nichts mehr mit dem Spiel machen, also habe ich mein Spiel neu gestartet und ja, merke mich doch nicht, tschüss, aufgelegt. Ich könnte die Kamera auch unten machen, das müsst ihr gleich gucken, wo alles ist, weil das nervt mich ein bisschen nach oben. So unten, links, dort scheinen nur die Leute, dann mache ich mir eben kurz. Nein, Unterverwaltung, nein, auch falsch, Sound und Bildschirm, Teil übertragen. Übertragungseinstellungen, doch das war falsch, Einstellungen für Audioaufzeichnung, erweiterte Einstellungen, breit, oben, rechts, unten, links, jup, richtig. Ja, jetzt ist mein Gesicht unten, das ist tausendmal besser. Dort stört mein Gesicht unten. Wir machen jetzt heute die Battle Pass Aufgaben. Die Battle Pass Aufgaben sind hier von Jagd Pass. Der heißt bloß anders. Aber ich habe trotzdem Titel, ähm, Battle Pass eingetragen, weil es nice ist. Ich musste eben kurz meinen Kanal wieder öffnen. Aktualisieren. Ich habe bis jetzt nur drei Monster getötet, aber ich habe direkt den Battle Pass geholt. Hier. Informatierung. Ich muss mir das Login noch alles freischalten. Ich glaube, wie kann man die Rüstung anziehen, die man bekommen hat, aber auf jeden Fall. Aber das bin ich jetzt hier über ein Stream-Roll gekommen. Vierfachkreuz. Einfach einmal. Äh, Ausrüstung. Kann man die wechseln. Zelle des Ausweichens. Zelle des Ausweichens. Questlog hast du hier. Ähm, Jagd Pass, Herausforderung. Ähm, ich lege zehn Bait-Monts mit Terrorwaffen. Ich will gucken, was Terrorwaffen sind. Ähm, E-Bus E-Bus. Ist das eine Terrorwaffe? Denk mir. Der Gnosher. Ähm, einbändig. Einbändig. Sekunden ausweichen. Durch eine Atacke. Einzigartige Effekte. Der siebte Angriff. Erfolgt. Fugt. 100% Schau. Zugehneutig. Ex-Band Kugel. Ähm. Element. Regular. 180 gegen Neutral. Inteim. Seine Abenteuerung. Und schon wieder klopfen. Mut. WOLK! WOLK! Wir sprechen wieder. ja ich muss jetzt gerade gucken weil ich habe erstens Spellpass bekommen ich wollte nicht vergessen egal ich gehe mal jetzt einen Jagddrücker 4 Stück Überwältigung, Sanitäter Erhöht den Scheiden der vermuten Teilen Erhöht den Scheiden gegen betäubte Bifanus Erhöht den Scheiden an verwundeten Teilen Dann eröffnet die Fähigkeit für Benutte wieder zu belegen Ja das ist ziemlich nice Und eines weiß ich Hier hinten Er kann die Zellen verschmelzen lassen Den habe ich gefunden Also bevor ich das jetzt mache We should trade Slayer I have many stroud with it This isn't something I can do Was ich habe das jetzt nicht geschafft gelesen What can you do for me Safe travels Go on Was kommt da raus? Was kommt da raus? Was kommt da raus? Sie sind kostenlos Schitter. Beschleunigen 0 Oder muss ich was Oder muss ich was Ich lebe es heute Was willst du hier? Keine Zeit um den Austausch zu beginnen. Drei Tage verbleiben. Puh, drei Tage muss ich jetzt warten. Ja okay, ich starte noch eine Mission. Ja, ich hab fast feiert. Ich hab was gewählt als keines in Arme. Das war ein paar andere Sachen. Das war ein paar andere Sachen. Okay, jetzt dauert es eine Minute, bis die Jagd vorbereitet wird, also ist alles easy. Das ist ein Kommentar eingeschrieben, oder jemand, der ist... Ich habe ein Screenshot gemacht eben für Instagram. Kurz eine App. Ähm... Gift. Nice. Link im Bio. So, eben kurz das zu verändern. Dann kann ich direkt weiter schauen. So, jetzt bin ich wieder da für euch. Ich suche das schon. Ach, ich warte keine 4 Minuten. Was ist das? Ja, ich will excuse mich. Du musst mein Herz schlafen. So, ich zeige dir nicht. Sed ich, du musst sie schlafen. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich das mal. Ich kann einen Moment sparen. Digga, ich möchte die Rüstung haben. Ich kann einen Moment sparen. Ich kann einen Moment sparen. Ich kann einen Moment sparen. Gut, gut. Nein, lassen wir goldend. Okay, das ist eine Kombination. Die sind gut. Such doch noch um die Schlitzhacken. Ich kann doch irgendwie... Ich habe das besser gesehen. Was hast du? Ich habe das nicht gewusst. Was hast du? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Mein Bruder... Dann gebraucht er, um ein Spiel zu suchen. Was ist das? Ich muss verschwenden Ecken. Kann ich diesem Geiss nehmen? Ich habe das nicht gewusst, aber... Ich habe die Schlitzungen angemacht. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe die Schlitzungen angefangen. ich will meine Rüstung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, ich habe mich geholfen, aber ich sehe es. Ich sehe es, ich sehe es. 1, 2, 2, 1, 2 1, 2, 3 Untertitelung. BR 2018 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 Ich glaube, ich habe jetzt jemanden mit der Terrorwaffe getötet und bin gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, gut, 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 gut. Ich habe jetzt einen davon getötet. Ich habe jetzt einen davon getötet. Ich habe jetzt einen davon, ich habe jetzt einen davon getötet. Dankeschön. Ich habe einen Ballstuhl mit dem Spiel. Ich habe einen Ballstuhl mit dem Spiel. Ich habe einen Ballstuhl mit dem Spiel. Äh, die Slayer glauben, der junge Knascher sei der leichteste Zug. Okay, ich brauche Frostrüstung. Ja, ich will meine Frostrüstung anziehen. Ich kann das nicht verbessern. Ähm, äh, was wollte ich machen? Ich wollte Ausrüstung haben lassen. Och, nervt mich doch nicht. Ruf mich doch nicht die ganze Zeit an. Ich geh mal auf eine private Jagd, ich glaub da musst du nicht so lange warten. Ich mach meine Nails aus. Ah, das sucht doch schneller, das dauert für mich. Viel zu lange noch. Müssen die Enden. In der Zwischenzeit können wir uns ja so diese Sachen, die man hier so mit Wänden wünscht, da zum Beispiel, besuchen. Noch, noch zwei, komm komm komm. Mach mal males. Hier wie, gleich mal läuft. Wenn's das Land. Ich gehe jetzt auf einerτönung. Ach, wenn's das clever kommt. Wenn's das Ministri investmentsم, geht's ihm über Freizeigner zui. Ich kann einen Moment sparen. Geh in die Schlacht. Junge Rask. Jetzt muss ich nur noch Jungen Boris und Rask Dann habe ich alles. Ich bekomme jetzt 4 Belohnungen bei der aktuellen Fortschritte auf der nächsten Version. Ok, aber ich habe ja auch Bell-Pass-Aufgaben. Das waren das gerade Missions-Aufgaben. Ähm... B.M.O.S. ist... Was? Mal gucken. Der Moth sind die Dinger. Die sind elektrisch. Also Terrorwaffen. Geh nun hin, schlachte Monster, jage Jumitas. Du suchst bereits ein Edge. Ein Frostbremorf. Jage ich jetzt wegen der Mission. Aber der dauert ja wieder. Der sucht nur wieder viel zu lange. Wenn ich einen Entspann bin. Ja, sicher. Der könnte niemals sehen. Wer ist die Dinger? icorn. D. Y.M.E. Wer ist die Dinger, der Dinger? wie ist das Dinger? bald ist, das Dinger? Der Dinger. Deine Zinger. Dinger. Der trier. Dinger. Dinger. Das war's. komm schon, ich weiß nicht mal kurz was Terra wachen zu uns ich glaube, ich habe auch gar keine Terra wachen ist das eine Terra wache? Trage Karte die Lieblingsklinge in seinen nächsten Kampf mit diesem Ausnahme in seinen Schwersten die Lieblingsklinge in seinen Schwersten ich brauche manchmal sucht er mich viel zu lange das dauert wieder zu lange ich gehe rein und wieder raus und dann müsste es wieder gehen die Lieblingsklinge ab So jetzt gehen wir auch wieder, Verfolgung, Frostbeerhof, da bin ich gerade vorbereitet. Ich gucke mal kurz, ob ein paar Freunde online sind, weil ich glaube, dann ist die Lobby-Suche einfacher, dezent einfacher. Der hat bestimmt das Spiel nicht installiert, aber ich gucke auch. Wie lange dauert es noch? Wie lange dauert es noch drei Tage verbleibend. Warte, wie geht es noch mal? Jemand hat was in die Kommentare reingeschrieben. Keine Ahnung, kommt darauf an. Ein, zwei Stunden, drei Stunden, so wie mir das viel Spaß macht. Aber wenn es so lange Zeit mit der Lobby ist, dann gehe ich glaube ich gleich wieder auf Fortnite hin. Aber komm mal online, ok? Oder komm eine Partie, dann ist es öffentlich. Ich lade mal kurz eine Partie ein. Dien des Peders. Such doch die Lobby jetzt, verdammt. Ich möchte ein Frostbeermoth jagen. Ja, 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 beginnen. Ja, lasst Dauntless, Lewin. Ich habe mir einen Battle Pass geholt, aber ich weiß nicht, wie man sich die Sachen ausrüstet. Ja, ausrüstet. Ich gucke, ich habe hier unten diesen Ninja freigeschaltet, aber ich weiß nicht, wie ich den ausrüsten soll. Und ja. Ich habe schon alles gedrückt und weiter geguckt. Komm einfach in eine Party rein. Oh, ich habe ein Match gefunden. Aber... Warte, schnell gucken. Ah, ok, den musst du sogar töten. Ja, dann lass den zusammen da sein. Kommst du online oder kommst du jetzt Dauntless oder eine Party rein? Aber ich stream dabei. Weil das Game zockt, äh, bockt schon etwas. Und wie findest du meine Haare? Seiten auf Null. Ausrüstung. Ok, gut, gut, gut. Komm einfach in eine Party rein, ich bin so lange online noch. Äh, hab dich auch schon eingeladen. Du zockst noch. Simps. Dankeschön. Ich fühle mich geehrt von dir. Der eine hat sein Leben auf Reihe. Alle haben Rostrüstung, äh, Frostrüstung. Und er kommt mit Dingsrüstung an. Plants, Minerals, Aether. Gather up what you can and we'll make use of it later. Haben wir schon das Monster gefunden, oder? Haben wir schon das Monster gefunden, oder? Haben wir schon das Monster gefunden, oder? Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. Ja, das war's. Ach so, der ist nur in den nächsten Mal. Oh, danke schön. Okay, dann weg. 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 Okay. 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 Ich glaube Gnaschas Schwert und so weiter sind die Schwerte. Ich muss eben nochmal gucken. Terrawaffen Schockrüstung. Habe ich eine Schockrüstung? Das ist eine Schockrüstung. Eine Schockrüstung. Ich überlege gerade. Das ist ja im Prinzip kein Terrawer oder Schock. Ja ok, ich tue es hier nochmal. Dann mache ich mir die beiden Rüstungen. Jetzt wieder Jahre warten. Eben Dinos wieder einladen, bevor es er wieder vergisst. Das war's. Aufbrechen. Ich bin's zum... Die Kamera ein bisschen... Ja schon viel besser. Ich bin's zum... 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 Ja, ich weiß bloß wie man sich die Sachen ähm... Ich mach die Runde dann irgendwas zu Ende und dann kommen wir... Hab ich mir jetzt ein Eisschwert eingepackt? Ja, hab ich. Wie sind wir? Abwechslung! 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 Ja, ich hab ihn. Untertitelung. BR 2018 Was hast du gesagt? Ein Level 3? Ja ich weiß, das hatte ich auch vor. Ich mache aber erst die Storyaufgaben. Was? 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 Ach was steht denn hier vor mir? Okay. Ähm. Gehen wir kurz zur Rüstung. Guck mal, wie ich das machen kann. A fine day to you. A fine day to you. A fine day to you. Hey, wie macht man das? Ich kann nur Helm aussuchen. Ja? Wehe zu den Helm, äh, die chest, äh, dann schule ich die Schuhe aus. Ja, ich kann nur Helm aussuchen. Ja, ne, klick einfach rauf. Ja. Dann gehst du ganz unten auf Farbstoff und Transmox. Und dann R1, ja, hab gefunden. R1 und dann kannst du auch Cosmetik-Gegenstände aussehen. Und da brauchst du noch die Kugeln dafür, um halt die andere Rüstung halt so aussehen zu lassen. Aber halt die Cosmetik-Gegenstände... Achso, okay, jetzt weiß ich wie ich mach. Danke. Ja, moin, die Aufgabe. Äh, es gibt jetzt so Meisterschaften, ne? Ja. Fügel-Schweig, also diesen Vogel, dieser Eule da, fünf Millionen Schaden zu. Ja, moin. Kack. So einen, so einen, so einen, so fünf Millionen zu tun. Wollen wir nicht mal noch Schaden oder so? Ja, ich mach gerade mir die Rüstung. Also du hast die, äh, gleiche Rüstung bloß, äh, getarnt. Ja genau, das, ja genau, die hat nur einen anderen Stream, sozusagen. Aber, das, das kannst du halt auch alles noch klatschen. Also kannst du eigentlich auch benutzen. Jetzt werden Barmer. Naja, ich kann noch nicht so viel. Ich hab erst, äh, vor zehn, wo ich den Stream begonnen hab. Ich hab den Bodypass davor gekauft. Ja. Ich hab zehn Euro gekriegt, ja. Ich hab zehn Euro gekriegt, ja. Ist das zehn Euro gekriegt? Ja. Ja. Ähm, was für Monster sollen wir töten? Ich wär für'n Forst-Behomoth. Was? Äh, wir machen, weil ich keinen für die mit. Der Welt ist eigentlich so blöd. Was? 5. Du? Du? 12. 12. 13. Wie lange spürst du schon? Nah, nein. Ich hab jetzt beide nicht fingerprints, hier hab' ich am Anfang erst rausgekommen, als Ruflinge. Achuna, ich hab's da nicht. Ah, scheiße. Ich brauch' noch Trinken. Fantasy Россiacana, Samantha-D pointin. äh, muss ich dann, äh, krieg die Ausrüstung. Obwohl, ist das nützlich? Ach egal, zu spät. Okay, also das heißt, wir brauchen einen Fassrüstung und verantworten. Und wie könnte man jetzt die Waffe wechseln? Einfach mal Fass drauflegen, dann nochmal Fassern, dann geht es auch. Achso, Transmog wieder. Ja, aber da hatten wir die Katastrophe Waffe, oder? Doch. Ja. Feier. Ja, ja. Möchtest du so einen NC Silbertrans? Hast du schon gesagt, ich hab's geholfen? Nein. Ja. Das war zu reden, eh? Das war's. Ich bin mal gespannt, ob man irgendwann eine Base bauen kann, weil das Spiel ist ja auch darauf irgendwie basiert, könnte man sein. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, ausstehende Belohnung Ich habe Crack-Silber Ich muss meine Ausrüstung ein bisschen verbessern Ich glaube, ich muss die Feuer-Dings töten Oh, ich muss die Feuer-Dings töten Oh, ich muss die Feuer-Dings töten Frost-Waffen, Wind-Waffen Ich muss die Feuer-Dings töten Ich muss die Feuer-Dings töten Und ich muss die Feuer-Dings töten abgeschlossen kommt jetzt wieder ein Bologner muss ich gucken wie kann man Terrawaffen bekommen oder was hinter der Waffen ja aber wie kann ich sie bekommen ja ich weiß Terrorwaffen sind dort wo ein Blatt ist aber ich finde hier kein Blatt er hat auch Skarn oder die ganzen Waffen Gnasha, Beerus, Embrymana, Recruiting Gnasha, Beerus, Embrymana, Recruiting Übung ein ein er muss erstmal die normalen Klassiker machen das so dann mach ich so richtig aber ich muss trotzdem drast töten ach egal kann ja auch so machen Hallo Slayer Hallo Slayer See you again See you again See you again See you again Back from Slaying are you? Come back soon Slayer Come back soon Slayer Die Liebe ist das die 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 bis ja ich kann mit den kämpfen aber egal ich kämpfe mit denen weil ich das für die quest brauche ich bin so ein blitz schockbeam auf hast du schon heute alle ruhen eingesammelt habe ich mir noch niemals richtig durchgeguckt ich höre die zwei waffen sind also du bist schon da lass mich warten wie kannst du die maske schon haben ach so ich habe mir doch auch das paket geholt ach so also so ein skin wie in ford mit quasi ach so ich streame ja immer noch habe ich schon wieder vergessen ja ich bin nicht richtig ausgerüstet dafür ja Vielen Dank. Scheiße. Scheiße. Irgendwer hat angefangen zu kämpfen. Scheiße. ein mancher Dankeschön, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich kann mich doch nicht mehr so aufladen. Ich kann mich doch nicht mehr so aufgestanden. 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 Ey, kennst du den neuen Energy von Coca-Cola? Kennst du den? Der schmeckt sowas von geil. Also Coca-Cola, ihr wisst bescheid, ich möchte jetzt, weil ich Werbung für euch gemacht habe. Ja, Sponsor. Ich möchte jetzt gesponsert werden. Ja, okay, jetzt habe ich Tata aufgestanden. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ja. Ja, ich habe neuer. Ja, ich habe neuer Monster frei gestaltet. Dann laden wir noch mehr von diesen Blitzdingern, die sind easy und da kann ich die Gröchen nicht aufgemacht. Dann gibt es den B-Matt nicht mehr Waffen. Dann gibt es den B-Matt nicht mehr Waffen. Ja, warte kurz, ich muss jetzt... Ähm, ich muss erst mal die Waffen erstellen. Wills kann man ja nicht den B-Matt betreiben. Ähm, du hast da, ähm, diese Kreisdinger. Weißt du, was sie meinen? Wie heißt das Schwert nochmal? Skarren. Darren? Skarren. S-K-A-R-N. S-K-A-R-A-N. Ich habe Gnascha, Boris Drask, ein Brenn-Marne. Mehr habe ich nicht. Skarren. Ich glaube, ich habe nur die Ausrüstung dafür bekommen, oder? Nicht irgendwo. Ja, nur die Ausrüstung. S-K-A-R-A-N. S-K-A-R-A-N. Leute, ich sehe aus wie ein Eidechsen. Ich schließe eines der folgenden Abstellers garn trotz Tods her, stelles Gears Eiferer. Was ist das denn? Keep your eyes on the sky. Dafür brauche ich... Was brauche ich beim Laternenmann? Der Typ der die Laternen hat, also die Recruiten Laternen. Du musst halt eine craften, ne? Ja. Was brauche ich dafür? Da ist wieder fast. Da ist wieder fast. Ich brauche den Herumwebelstein ein, die im Verlauf von 10 Sekunden 900 Terraschaden gegen Feinde in der Nähe anrichten. Herstellen. Da brauche ich irgendeine Kralle, ich denke mal vom Terramonster. Und nochmal vom... Die Federn vom Terramonster. Also... Trask, meine ich. Mit dem Hammer kann man gut sein, Leute. Ja. 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 Ich hasse das bloß, dass es so lange nach Lobbys gesucht wird. Ich rache so. Ja. Ja. Ich rache noch nicht. Ja. Ich rache noch nicht. Ich kenne dich. Ich wünsche dich jetzt. Und das mit dem Team. Die andere Zوسren Attend. Das lange. Ich rache. So? Ja. Ich rache. Hier. oh der soll jetzt starten das dauert nicht lange dauert das immer so lange noch da dauert das immer so lange ja hier steht die aktive vorbereitet drei minuten 25 26 versuch du mal oder muss ich dich halt abnehmen ja 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 wenn Ignore mich, Slayer! Oh, bitte. Du musst nicht saluten. Ich habe eine Mission für dich. Lass mich sehr klar sein. Okay, jetzt habe ich eine Stadt am Rande. Jager. Granatnutzung autorisiert. Der öffentliche Admiral Jensen. Die Stadt am Rande. Habe ich Waffen? Schusswaffen Tschüss Tschüss Kennst du das Foto auf Instagram, dritte Klasse, Bubi, Lehrer fragt, wer fehlt, aus der letzten Reihe, ich, alle lachen Warte, ich schick dir das sonst, das ist ein bisschen zu cringe Gott, oh Gott, oh Gott Gott, oh Gott Ich hoffe, der hat das ausgepustet Fick dich Alle sind gekommen, du nehmann, man kann nicht einfach Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut 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 Okay. 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 Ya moin ma n'eben, ich habe einen Strock-Up, denn ich gehe da weg. Das ist schon ein Tor. Das war's. Ich hab sie tanzen gesehen. So Lars, ich komm in der Viertelstunde wieder. Ich muss eben einmal mit dem Hund rausgehen. Du meinst mit dir selbst? Das ist gut, du siehst. Das ist gut, du siehst. Ich muss einfach nur auf gilten gehen, dann muss das yen sein. Ah, jetzt ruckert alles. Achso, gilten. Ah, ein Gild da drinnen. Dann soll dein Hund nie jetzt in die Gasse gehen. Oh, ich hab so eine verfickte Führung. Ich hab so eine verfickte Führung. Oh, ich hab so eine verfickte Führung. Go. You are needed on the frontier. Go. You are needed on the frontier. Go. You're perfect for this job. Yeah. Trick. Okay. What is Trick for Monster? It's a neutral monster. 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 You're slaying it. Oh no. Ich mach mal gleich die ganzen Quest hier unten. Außer die Terra Waffen. Ich hab sie tanzen gesehen. Hier ist es auch wieder. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ah, das ist mein Grum, ich brauche Da kannst du auch aufhören Ja, weil er das ist das ist Ich bin der Ausstrahl. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alter, das ist ein Arzt, wird so besser als hier. Untertitelung. BR 2018 Alter, das ist ein Arzt, wird so besser als hier. Untertitelung. BR 2018 Alter, das ist ein Arzt, wird so besser als hier. Untertitelung. BR 2018 Ach, Digga. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Das war's. Ich glaube, ich beende den Stream jetzt gleich. Ich habe keine Lust mehr aufzunehmen, beziehungsweise zu streamen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich werde mit euch jetzt eben gucken, was die Taube in mir gebracht hat. Und dann mache ich den Stream aus. Das finde ich eine gute Idee, oder? Ja, ich auch. Ich habe aber irgendeine Aufgabe, glaube ich, fertig gemacht, oder? Ja. Ja, warum habe ich keine Kosten mehr? Hallo. Ja. 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 Das war's. was ist los? ok auf jeden fall tschau Leute danke fürs Zuschauen und tschüss